Thorsten Fink, es ist Länderspielpause. Sieben Runden sind gespielt in der Meisterschaft. Die Austausch steht auf Platz zwei. Wie sieht denn deine persönliche Zwischenbilanz aus? Die kann ja nur positiv sein. Also wenn wir im Moment nur zwei Punkte in der Rapid-Wien sind und auch am zweiten Tabellenplatz ist natürlich sehr, sehr positiv. Wir haben sehr viele Dinge erarbeitet, aber wir sehen auch, dass wir viele Sachen auch noch zu tun haben, dass wir nicht immer konstant spielen, aber die Ergebnisse stimmen im Moment. Das ist natürlich das Positive, dass auch die Fans das annehmen, dass nicht jeder auch gleich jetzt denkt, wir können jetzt Erster werden. Das ist der größte Fehler, den man jetzt machen kann. Wir haben unsere Ziele, wir sind froh, dass wir einen zweiten Tabellenplatz auch im Moment inne haben, wirklich eine tolle Bilanz haben, auch gute Spiele schon gezeigt haben. Jeder kann zufrieden sein. Wir haben viele Tore gesehen von uns, zu Hause gerade auch viele Tore gemacht. Wir haben auch viele Torchancen herausgespielt, also von daher bin ich da mal sehr, sehr zufrieden. Vom Gefühl her, ist das das Optimum oder wäre mehr drinnen gewesen? Nee, also ich denke, wir haben mehr drinnen. Es ist immer mehr drinnen, aber ich denke mal, wir hätten auch das letzte Spiel unentschieden locker spielen können. Also ich denke mal, das war schon die richtige Zahl, die wir erreichen wollten, die auch sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, noch mehr wäre vermessen, wenn wir gesagt hätten, wir wollen noch mehr Punkte haben. Ich glaube, dass es ein guter Start war. Aber das Wichtigste sind nicht die Punkte. Wir sollten nicht unbedingt jetzt nur auf die Punkte schauen, obwohl am Ende ist natürlich wichtig, dass wir die Punkte haben, dass wir einen gewissen Tabellenplatz einlegen. Aber wie die Mannschaft sich präsentiert hat in diesen Spielen, das hat mir sehr, sehr gefallen. Als Einheit, als Gemeinschaft. Das waren ja unsere Ziele. Wir wollen Visionen haben. Wir wollen Teamwork zeigen. Wir wollen mit den Fans zusammen hier auch die Spiele gewinnen. Wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen auch eine Hierarchie haben in der Mannschaft. Und all das hat die Mannschaft sehr gut angenommen. Sie ist wirklich voller Leidenschaft und möchte vieles erreichen. Das wollte ich. Und das haben wir, glaube ich, bis jetzt erreicht. Aber wie gesagt, es ist erst in der sieben Spiele vorbei. Wir haben noch einiges vor uns. Wir haben jetzt noch Ried zu Hause. Das Spiel muss natürlich unbedingt gewonnen werden, weil jeder weiß ja, dass es auch eine Riesenchance ist, um mal die ersten Spiele sehr, sehr positiv abzuschließen. Und dann auch gegen unseren Widersacher Sturm Graz mit einer guten Ausgangsposition in das Spiel zu gehen. Wie schätzt du jetzt nach den ersten sieben Runden die Gegner ein? Bist du überrascht vom Tabellenstand? Auch überrascht hat mich ja jetzt... Ich kann jetzt nicht sagen, dass mich was überrascht hat. Also ich bin davon ausgegangen, dass Rapid auch vorne dabei ist, also dass sie zu den Top-2 noch gehören. Da sind sie auch. Dass Salzburg im Moment noch nicht so gestartet ist, war ja schon eine kleine Überraschung, aber auch ein bisschen zu verstehen. Wenn man schwere Champions-League-Qualifikationen hat, Europa-League-Quali, dann leidet manchmal die Leistung in der Meisterschaft. Und ich bin mir sicher, dass das Red Bull jetzt kommen wird, dass sie die Spiele gewinnen werden, weil sie eine gewisse Qualität haben. Vielleicht hat man im einen oder anderen Spiel die Konzentration gefällt aufgrund dieser Spiele, aufgrund der Qualifikation. Die Mannschaft musste sich auch erstmal finden, haben ein bisschen das Gleiche gehabt wie wir, haben viele Spieler gewechselt, haben ein junges Team. Klar, wenn man sagen kann, dass es am Anfang eine Überraschung war, dann das. Aber sie werden am Ende ganz oben stehen, da bin ich mir sicher. Was mich jetzt in den ersten sieben Runden am meisten geschmerzt hat, das ist dir sicher persönlich auch so gegangen, war die David-Niederlage. Im Nachhinein betrachtet, würdest du alles genauso wieder machen? Natürlich. Ich denke, dass wir auch ein gutes Spiel abgeliefert haben. Ich habe immer gesagt, wer mich verpflichtet, der weiß, was er bekommt. Also wir wollen hier zu Hause offensiv spielen, wir wollen uns nicht hier verstecken und nur lauern und warten, dass wir gleich eine Konterchance kriegen. Wir wollen die Leute hier begeistern. Es hätte auch gut gehen können, weil wir hatten auch hervorragende Chancen. Cajode oder Larry ist ja zweimal auf den Torwart zugelaufen, ganz alleine. Hätte auch locker 5-4 ausgehen können oder wir hätten das 3-2 gemacht in der Situation und hätten das Spiel gewonnen. Das sind immer so Kleinigkeiten. Zu dem Zeitpunkt war Rapid einfach in einem super Lauf und da war es schwierig, die auch zu schlagen. Aber ich glaube, also ich bin mir sicher, dass ich jetzt nicht hätte irgendwas anders gemacht. Wenn wir ein bisschen Schussglück gehabt hätten, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Was ich in den bisherigen sieben Runden herauskristallisiert hast, du hast deine Stammelf gefunden. Bist du ein Fan einer Stammelf oder setzt du auch auf Rotation im Laufe einer Saison, damit jeder auch zu seinen Einsätzen kommt? Also eigentlich gibt es bei mir das Wort Stammspieler eigentlich nicht. Also in dem Sinne. Natürlich, die, die häufiger spielen, beschimpfen sich dann selber so, ich bin ein Stammspieler. Für uns zählt aber nur das Team und das Team, was gewinnen will insgesamt, weil jeder wichtig ist bei uns. Und ich setze halt den gerade ein, wo ich meine, den brauche ich heute. Natürlich ist es nicht ratsam, wenn man keine englische Woche hat, andauernd die Spieler zu wechseln. Sie müssen sich schon einspielen. Davon bin ich schon ein Fan. Wenn wir mehr Spieler haben, auch in englischen Wochen und so. Oder wenn wir mal europäisch spielen, das ist ja nächstes Jahr unser Ziel, dann bin ich auch Fan von einer Rotation. Aber es gibt jetzt zum Beispiel Spieler, Marco Meilinger, Tag an Service, Patricius Dranati, Roy Kehrth, Mario Leit gibt ja überhaupt noch nie im Kader. Aber Marco, sind das Spieler, um die du dich momentan menschlich besonders kümmern musst? Ja, ich schaue mir die Spieler an und schaue, wie sie gerade im Moment, was für eine Verfassung sie sind, mental. Weil natürlich schwierig, wenn man letztes Jahr dann viele Spiele gemacht hat und dieses Jahr nicht. Aber letztendlich, glaube ich, bin ich da sehr gerecht, was die Leistung angeht und die Trainingsleistung. Und will auch jedem Spieler ehrlich sagen, ich sehe das so, du spielst deshalb nicht, weil ich auf diesen Spieler im Moment setze. Dass man, wenn man erfolgreich ist, dass man an die Mannschaft nicht immer umtauscht, das wissen die Spieler doch auch. Also auch ein Quasiner, den ich für ein riesen Talent halte und er im Moment die Rolle super annimmt, in der zweiten Mannschaft zu spielen, so oft wie möglich auch dann hier mit zu trainieren oder eigentlich immer, nur einen Tag vorm Spiel nicht. Der Trainierter mit der zweiten Mannschaft nimmt das super an, er zeigt hervorragende Leistung. Ich habe mich letzte Woche selber vergewissern können und das ist der richtige Weg. Und der Andi wird ihn so aufbauen, dass ich ihn irgendwann bekomme, dass er bei uns voll einsatzfähig ist. Und man muss auch bedenken, dass wir im Moment überhaupt keine Verletzten haben. Also ist immer nur noch Ronny Waldo und Jens Ströger-Larsen, die einfach noch nicht fit sind, aber die waren vor der Saison schon verletzt. Aber toi toi toi, ist es auch gut. Aber dadurch ist es natürlich für den einen oder anderen schwieriger, vielleicht zu akzeptieren, dass er jetzt mal nicht dabei ist. Aber ich denke oder ich hoffe auch, dass ich jedem Spieler, ehrlich gesagt habe, wie er steht im Moment, warum ich ihn nicht mitnehme und warum er jetzt sich gedulden muss. Stichwort unzufriedene Spieler und Stichwort momentan nicht so oft drankommen. Die Austria war ja als charakterlich schwierige Mannschaft verschrien jetzt in den letzten Jahren. Wie hast du die Truppe jetzt in den letzten zweieinhalb Monaten erlebt? Nee, genau das Gegenteil. Da hätten wir keine 14 Punkte erreicht. Also nur mit dem, was wir fußballerisch drauf haben, kann man diese 14 Punkte nicht holen. Bis jetzt. Also ich glaube, dass die Mannschaft charakterlich hervorragend dasteht. Also jeder gibt alles, auch wenn er mal nicht spielt. Ist er da für denjenigen, versucht ihn zu pushen, positiv zu sein. Und so im richtigen Rahmen. Natürlich kann ich mich nicht freuen, wenn ich mal nicht spiele. Das ist doch ganz klar. Kein Spieler kann sagen, ich sitze nur auf der Bank, ich freue mich. Oder sie bin gar nicht dabei, ich freue mich. Aber sie sind da nicht kontraproduktiv. Heißt, sie nehmen keinen negativen Einfluss auf die Mannschaft. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass sie selber versuchen, den Trainer zu überzeugen, dass sie dabei sein müssen. Und sie werden irgendwann ihre Chance bekommen. Und sie werden dann auch spielen. Und ich brauche wirklich dort jeden, der jetzt hier in unserem Kader ist. Ich habe mich zur Vorbereitung auf das Gespräch, habe ich mir jetzt Interviews aus dem Laufe der Saison nochmal angehört. Und da war immer so dieser Grundtor, Grundgenauer, die Harmonie passt. Wie hast du das gemacht? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass die Mannschaft selber auch wusste oder immer gehört hat, sie wäre charakterlich nicht in Ordnung. Wir haben natürlich auch viele Spiele verändert. Viele Spieler sind ja gegangen und viele neue sind dazugekommen. Und natürlich muss man gewisse Dinge vorleben. Wie bin ich? Wie gehe ich mit der Mannschaft um? Viel reden mit den Spielern, auch wenn sie mal nicht dabei sind. Jeden, die da versuchen, gleich zu behandeln. Ich kann natürlich nicht einen Robert Almer genauso behandeln wie einen Penz. Weil der Penzi wird jetzt so gut, er auch jetzt trainiert, der wird den Robert Almer im Moment nicht verdrängen können. Auch wenn der Robert Almer mal eine schlechte Woche hat. Also so. Aber man versucht trotzdem, für jeden, ich soll es mal anders ausdrücken, für jeden will ich das Beste. Und auch natürlich gewinnen am Wochenende. Wenn ich sehe, mit denen kann ich schneller gewinnen oder mit dem, was ich mache, besser gewinnen, häufiger gewinnen, dann werde ich die spielen lassen. Und wenn ein Spieler das auch spürt und sich korrekt behandelt fühlt und auch, wenn er mal nicht spielt, dann auch vom Trainer aufgeklärt wird. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um das anzunehmen. Dann auch, um zu sagen, ja, vielleicht hat er recht, vielleicht kann ich mehr machen. Das heißt, da geht es auch sehr viel um persönliche Gespräche, um den Spielern auch Feedback zu geben, woran müssen sie arbeiten, warum kommen sie momentan nicht dran und was müssen sie tun, um eine Chance zu bekommen. Ja, so ist es. So sehe ich das und so arbeite ich. Alex Grünwald und Alex Gorgon, da hat es Gerüchte gegeben, dass die möglicherweise den Verein verlassen könnten. Wie froh bist du, dass die beiden bleiben? Das sind wichtige Spieler, glaube ich, für dich. Ja, es geht ja gar nicht mal, dass sie so überragende Spieler sind. Sie sind gute Spieler, das ist ganz klar. Aber ein Roy Keat ist auch ein super Spieler. Der könnte auch einen Alex Grünwald hervorragend ersetzen, vom Spielerischen her. Nur diese Spieler bringen ja alles mit, was Austria Wien verkörpern soll und auch vom Teamwork her. Sie wissen, wie der Hase läuft hier. Das sind die Spieler, die die Bundesliga kennen, die, wie gesagt, die Mannschaft kennen, die aber auch mal was sagen, wenn es nicht läuft, die sich innerhalb der Mannschaft absprechen im Spiel. Das kann ich von so einem neuen Spieler im Moment gar nicht verlangen. Und Roy kann da hineinwachsen zum Beispiel und andere Spieler auch. Und die beiden sind schon, finde ich, enorm wichtig im Moment in der Hierarchie, in der Führung der ganzen Mannschaft. Die helfen dem Trainer natürlich, machen ihm das Leben einfacher und führen auch mit ein bisschen die Mannschaft. Und so sollte das auch sein. Deswegen bin ich unheimlich froh, dass sie geblieben sind. Das ist klar. Wie gesagt, weil sie auch die Austria ein bisschen verkörpern. Ich verstehe aber auch beide. Die sagen, ja gut, wenn ich da eine Möglichkeit habe, vielleicht nochmal in die Bundesliga zu gehen, nochmal sehr viel Geld zu verdienen, dann versteht man das auch ein bisschen. Letztendlich haben sie ja beide gesagt, wir wollen aber eigentlich gar nicht weg, Trainer. Und deswegen freue ich mich auch, dass sie beiden hier geblieben sind. Ein klein wenig, eine so eine, ja gar nicht mal Problemposition ist, aber so der Stürmer vorne, wo es jetzt noch nicht wirklich den Knips ergibt. Ist das etwas, was dich stört oder ist das nicht so wichtig, wenn andere dann die Tore schießen? Nö, das stört mich im Moment überhaupt gar nicht. Vor allen Dingen sind wir überhaupt gar nicht auszurechnen, weil die Last doch auf vielen Schultern liegt. Gorgon, Coyote, jeder schießt mal ein Tor. Standardsituationen sind wir hervorragend. Wie gesagt, wenn man jetzt nur da alles sich an einen Knipser aufhängen würde, wäre es, glaube ich, problematischer. So sind wir doch nicht so auszurechnen. Wir haben trotzdem jetzt ja auch keine schlechte Offensivabteilung. Wir haben 15 Tore geschossen bis jetzt. Das ist, glaube ich, das zweitmeiste. Das heißt, dass wir in der Offensivabteilung einfach gut sind. Das ist schon mal hervorragend. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wäre, wenn wir jetzt einen Knipser hätten. Also wenn jetzt, was weiß ich, wie ein Stürmer hätten, wie ein Janko, der jetzt schon vielleicht sechs Tore hätte, hätte vielleicht der Gorgon nur vier. Also hätte er vielleicht gar nicht die Elfmeter geschossen oder hätte, wäre Leere nicht so dran gekommen und so weiter. Also ich glaube, dass sich das ganz gut verteilt und ich bin auch sicher, dass Zulechner und Friesenbichler noch die ein oder anderen Tore schießen werden. Und dass wir mit Quasinam dann auch noch jemand dahinter im Moment haben, der im Laufe der Saison den anderen Bayern die Hölle heiß machen wird. Da bin ich mir sicher. Es ist jetzt Länderspielpause, auch einmal ein bisschen Zeit durchzuschnaufen. Wo sind jetzt für dich die Schwerpunkte? Woran muss man jetzt arbeiten? Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die man mit dem einen oder anderen Spieler sprechen kann, verbessern kann. Aber letztendlich sind ja acht oder neun Spieler weg zur Nationalmannschaft. Mit denen kann ich ja gar nicht sehr arbeiten, mit der gemeinschaftlichen, also mit der ganzen Mannschaft. Arbeiten ist, dass wir mal relaxen können, mental. Dass es jetzt nicht immer ein Meisterschaftsstress am Wochenende ist und dass diejenigen, die jetzt nicht gespielt haben, auch mal ein Spiel haben können. Aber auch mal verschnaufen und mal für die Familie da sein. Das ist auch wichtig, um eine gute Leistung abzurufen, dass man auch mal abschaltet. Wenn es nach Tier geht, wie verläuft der Rest der Herbstsaison? Wenn wir die gleiche Punktzahl machen, bin ich zufrieden. Also das wäre jetzt optimal. Dafür dann einmal noch bis zum Winter die Rapid schlagen und die gleiche Punktzahl wiederholen. Dann wäre ich sehr zufrieden. Mit einem Schnitt von zwei Punkten wird man Meister. Meister sogar, ja, das glaube ich nicht. Nee, also ich glaube, dass wir schon viele Punkte herausgeholt haben, viele Punkte erspielt haben. Und Meister ist für uns nicht das Thema, weil dann wäre die Anforderungen auch hoch. Das wollen wir nicht. Warum auch? Man hat auch im letzten Spiel gesehen, dass wir nicht die Klasse haben, um Erster oder Zweiter zu werden. Da müssen die anderen ja schon schlechter spielen als wir. Und das glaube ich nicht von Rapid und von Red Bull. Die haben das zwar jetzt, aber auf Dauer, wenn sie nicht mehr europäisch jetzt dabei sind, werden sie das nicht tun. Und deswegen konzentrieren wir uns darauf, den dritten Tabellenplatz einzunehmen. Das wäre auch schon eine super Sache, nachdem wir letztes Jahr siebter geworden sind, nachdem ein neuer Trainer gekommen ist, nachdem wir, ich weiß nicht, zehn Spieler abgegeben haben, wieder zehn integriert haben. Das ist nicht so einfach. Und wenn wir da schaffen, am Ende dritter zu sein, dann haben wir schon was Gutes, sehr, sehr Gutes erreicht. Und vor allen Dingen, wir haben eine Basis in der Mannschaft, auf die man danach aufbauen kann.